Hallo, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Schaut euch diesen wunderschönen Winter an, also diesen wunderschönen Winterwald. Es ist ein Traum, ich liebe es einfach nur. Ein Hase, Gott, habt ihr das gesehen? Ich hoffe, noch ein Hase. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh, ich hoffe, ihr habt das gesehen und das war nicht zu weit weg, weil da war dieser Stamm da, der umgefallen ist, der war so davor. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, zwei Hasen sind einfach hier über dem Weg. Also, ist das schön. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Oh, wie schön. Ich glaube, der Baum da war im Weg, dieser umgefallene Stamm. Ach, wie schön. Schaut mal, da vorne, das sind auch noch drei Rehe. Erst die Hasen, dann die Rehe. Schön. Ah, jetzt sieht man es. Wunderschön. Das gibt es ja nicht. Und jetzt ist hier von oben auch nochmal ein Hase langgelaufen. Der ist jetzt hier im Gebüsch verschwunden. Aber, ach Gott, wie schön. Wie schön einfach nur. Da, 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 da. Der war, glaube ich, zu weit weg, aber wie schön einfach nur. Es ist traumhaft, wirklich wunderschön. Auch die Luft, das Kühle, der Schnee, es ist ein Traum, wirklich. Ach, und schau die Rehe an. Das ist so schön. Ich bin hier einfach von Rehen und Hasen umgeben. So schön, echt. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. So, jetzt gibt's einmal Abendessen als Vorspeise, eine Orange und einen Apfel. Bruni, Bruno, schau mal, möchtest du ein bisschen Peppeli Pepp? Ja, super, prima. So, heute gibt's noch von gestern einen Kartoffelauflauf. Der war übrigens mit Tofu und ja, Bohnen, Karotten, Kartoffeln, Zucchini. Die Babys sind eingepackt, es geht zur Physio. So, Physio von Bruno durch. So, wieder das übliche, Laser durchbewegt, Übung auf dem Balancekissen. Und jetzt wollt ihr vielleicht lieber so rumfahren. So, jetzt geht's wieder heim. So, okay, super. Oh, Bruno, wir gehen voll das Risiko ein. So, Vorsicht, 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 Bruni, Bruno. So, Pupsi. Und... Noch einmal, Pupsi. Vorsicht, Shuttle. Johohohoho. So. So, 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 so. So, 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 so. Hm, ein kleiner, süßer Bruno. Hm? Wo bist du ein, Schatzi? Möchtest du was trinken, Schatz? Möchtest du was trinken? Hm? Schauen wir mal, bestimmt möchte der Bruno was trinken. Nichts trinken, Bruni. Nichts trinken? Nein? Einmal durch, meine Beine. Okay, also, Bruni möchte nichts trinken. Da haben wir den Erik. Hm? Erik. Ja. Wo hast du wieder eine tolle Begleitung? Erik muss mal. Hm? Schatzi, wo hast du eine tolle Begleitung? Hast du super gemacht. Hm? Erik ist voll im Fellwechsel. Erik sieht jeden Tag anders aus. Jeden Tag hat Erik ein anderes Gesicht und eine andere Frisur. Gell, Erik? Wie ist er das sehr heilig? So. Ui, Bruni ist schon am Essen. Ja, super. Prima. Bruni ist schon am Essen. Das ist ja großartig. So wollen wir das. Gell? War die Füße schön. Ja, hat die gut getan, Bruno. Hat die sehr gut getan. Gell? Ja, prima. Ja, großartig. Super. Super, du Süßer. Super, du süßer Keks. Bist du ein süßer Keks, Bruno? Ja, super. Wow, toll. Damit den Erik. Und ich habe schon wieder alle Schubladen offen, wie man sieht. Das ist jeder in einem Regalfach. Ui, das ist ja zu süß. Ist jeder in einem Regalfach? Ihr zwei seid ja süß. Seid ihr die zwei süßesten, aller süßesten Süßen? Seid ihr die süßesten, aller süßesten Süßen? Ja, super. Ja, super. Ja, prima. Super. So, jetzt mache ich für euch Abendessen. Super. Na schön. Also, Physio war gut, wie man sieht. So, kurz die Lüft hin. Dann muss ich noch abspülen. Und dann habe ich noch Wäsche. So, wieder 10.000 Sachen gleichzeitig. Ist immer so. Wäsche, die ist jetzt nämlich fertig. Dann muss ich die noch aufhängen. Meine Jacke habe ich mal gewaschen. Na gut, Erik möchte in sein Schlafzimmer. Geh? Ja. So. So, Abendessen für die Babys ist fertig. Einmal Brunos Brotzeilbrett mit verschiedenen kleinen geschnittenen Grün. Wir haben Salbe, wir haben Radieschenblätter, wir haben Kohlrabi, wir haben Zuckerhut, wir haben Karottengrün, wir haben Petersilie, wir haben Endifien-Salat, wir haben Radicchio, Zuckerhut und für Erik das gleiche in Grünkohl haben wir noch. Kohlrabi-Blätter, weiß ich nicht, habe ich das schon gesagt? Ja, dann den Salat, weiß ich gerade auch nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall für Erik das gleiche, nur in groß. So, Bruni Bruni ruht sich aus. So, Bruni Brunos. So, Bruni Brunos ist am Essen. Das ist schön. Der Bruni, ja, da freuen wir uns. Der Bruni schmeckt's. Und ich bin ganz da zaust. Bis morgen, tschüss.